ja komm lass mal jagen gehen wollen wir auch erkunden ja was willst du denn erkunden ja höhle du hast doch bestimmt so trailer oder sowas gesehen nein wir gehen noch rettung nicht in die höhle bis zu behindern aber wir finden bestimmt irgendwas so von höhle bis zum irgendwie dorf oder sowas halt es gibt voll vieles auf dieser insel wollen wir wissen dass wir schon alles gesehen haben der hat einen stock auf seinen rücken warte lass mal geh mal weg ich bin gleich tot er rennt weg pass auf ich hab ihn getroffen ich bin gleich tot schlag ihn ich bin one hit friss pillen jungen schicken die ein kratz der kraft der glaubst du hast du sowas in naja auberkühlen oder vorka die mussten fehlen ich habe keine pillen auch was im märz wieder aufgestanden schnell den kopf abschneiden warte 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 erst so dass tot ist tot keine angst alles gut er hat eine schaufel als waffe alles klar er ist noch jemand da ist noch jemand der rennt weg kommen kommen wir müssen töten hat der mutter lasst du diesmal seine waffe auf ihm bitte au au warte ich hab doch auch noch so eine waffe ja wieso kann ich nicht mit seiner eigenen waffe oh hä ich glaub die waffen machen ganz schön fürs warten ah junge ja ich hab den waffen ich hab sauviele zähne die tue ich jetzt alles drauf hat die Posten halbzimmer das sind das ist es ist auch diese Bekleidung sagt jetzt er ich habe falsch aus so einfach ganz Apus wenn man Blut hat auf den Körper sommer ist wegwaschen dafür dass es keine Infektion kriegt aber man kann sich hier nicht waschen glaube ich doch man kann nicht nur mehr waschen er das will ich nicht trinken wo wo sind wir auf einmal muss es so viele so die man weg praktisch sich halt fresse er ist das re was ich von abgeschossen hat ich habe dann eben geschossen du kannst schon wieder weg ne du willst echt verrecken oder ich werde ich auch ich will auch mal einen Bogen haben hast du schon mal daran gedacht ich habe den gar nicht mit Rob gemacht aber das weißt du nicht sagst du auch nicht Spaß ich habe den schon mit Rob gemacht hey ich mich hier oben er freut mich ey was ja was Pulli schon wieder Arschloch ah dieser dieser hier das ist denn das ist denn Kleidung Dingser ja der sieht doch schon so teuer aus sein Koffer ne ja ähm diese Liste was wir gefunden haben das ist eine ganze Liste von 42 Passagiere die wir suchen mussten ja genau das habe ich vorher angeschaut da hat doch keiner von überlebt Alter bist du behindert nein die werden auch nicht überleben müssen ihre Trote Köpfe kann es sein dass nichts mehr ist oh nein da kommen wieder Leute auf mich zu oh 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 schau mal her oh Häuser ey damit nein da geh ich in der Kirche ich brauch Robe ich brauch Robe ey hast du noch nie ein Video geschaut da gibt da findest du kein Robe glaub mir doch 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 in der Beta gab es hier aber wir müssen uns beeilen weil da kommt ganz schnell wieder und da kommt ganz schnell wieder Dings äh Leute sorry 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 Aua ich wollte das Koffer öffnen ich bin kein Koffer du Missgeburt äh du hast ne Hemd da hast ne rote Hemd Mikael dreh dich mal um ich guck dich doch grad an du hast ne rote Hemd dreh dich mal um hinter dir was auf verbrein jetzt ich verbrein jetzt ich schmeiß es jetzt schmeiß es jetzt geh weg von ey ey die spawnen hier die ganze Zeit Son of a Bitch Motherfucker aber wenn der dich hätte dann bist du voll tot ne dann brennst du auch schwarzen so wird der schon tot okay jetzt würde ich mich beeilen weil das haben die Leute die ganz klar haben jetzt kommen die nämlich uns jetzt lieber beeilen Robe ja ich habe eins gefunden das hängt hier oh das sind zwei gut 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 wo oh lol geil was ist denn das hier oh ich glaube ich glaube ich hier ey komm mal her das bedeutet dass wir mit dynamit diese steinchen zerstören müssen ja 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 ich will mein pulli wieder haben es war so geil das ist aber random halt wobei ich will Diamantrüstung wir sind nicht in Minecraft das ist der Forrest das ist echte Leben was glaubst du denn das ist nicht irgendein Spiel alter das ist ganz ernste Sache schau mal her oh also ein Höhle zu nein 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 Scheiße ich bin da reingegangen kommst du da reingehen ja nein ich geh ich geh da nicht rein das hab ich das vergessen ich piss mich jetzt schon ein nein wir gehen wir gehen erstmal rein wenn wir Flashlight haben wir wenn wir Flashlight haben das ist zu dunkel mit Feuerzeug bist du jetzt drin oder nicht Nein, ich bin nicht drin. Hast du gesehen? Bruder, ich hab gedruffelt. Wie kann ich oben fahren? Ich bin von India. Oh, ja. Ein Bogen. Ja. Hast du auch keine Pfeile dabei? Doch, hab ich. Ich hab neue Pfeile gefunden. Hier teurigt sich gar nichts mehr. Sehr scheiße. Weil das nachts ist. Hast du gehört? Hast du gehört? Oh, oh, hinter dir. Wo? Warte mal, warte mal, warte mal. Mordertopf. Du Hurensohn. Schlag ihm mal, schlag ihm mal bei mir. Bei mir, schlag ihm mal. Ich hab ne nackte Schlampe. Ich hab ne nackte Schlampe. Oh mein Gott, die töten mich. Die Motherfucker. Ich bin tot. Ey, komm mal her, hilf mir. Okay, wir sollen lieber rennen. Wir sollen lieber rennen. Wir sollen lieber rennen. Wir sollen lieber rennen. Ich kann nicht rennen. Ich bin tot. Komm, Motherfucker. Oh, fuck. Der hat... Der wurde mich getroffen. Wir sollen lieber wegrennen. Salamander, schnell weg. Ich geh nach Hause. Ich geh nach Hause. Das sind vier von denen. Was sollen wir machen? Ihr rennt einfach in Richtung zu Hause. Ja, mach ich jetzt. Ich renne was straight dahin, Alter. Ich hab keine Lust mehr. Ich hab keine Lust mehr. Nein, nein, nein. Ich hab keine Lust mehr. Oh, fuck. Oh, fuck. Halt, der läuft im Bauch hoch. Ja, die klettern und sowas. Jetzt kommen die wie so'n Tatsand von oben runtergesprungen, Alter. Pass auf, pass auf. Renn, renn. Oh, mein Gott. Der hat dein Leben geboxt. Verbrennte Hohensohn. Hast du ihn getroffen? Na, hab ich nicht. Lass einfach weg. Oh, ich hab dich... Ich wollte dich gerade töten. Warte. Ich bombe mir auch schnell. Da, da, da. Eines verbrannt. Eines verbrannt. Dein Motherfucker. Wie werf ich den? Oh, fuck. Geh weg. Du hast ihn nicht verbrannt. Du hast ihn nicht verbrannt. Ich dachte, man muss den auf den Boden werfen. Ja, man muss erst mal verbrennen und dann auf den Boden werfen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Der hab ich, der hab ich. Okay, der eine ist tot. Der ist auch tot. Gut. Lass du jetzt trotzdem nach Hause gehen und... Ja. Du weißt schon. Okay, komm. Ganz schnell nach Hause laufen, Alter. Ich komm. Es gibt ein Muschi-Klaus, ne? Kenntest du den Muschi-Klaus? What? Ey, es gibt so... Ich hab mal so einen YouTuber geschaut, der hat das... Der hat so ein... Ein Monster hat der Muschi-Klaus genannt. Warum? Weil der so aus hat wie ein Muschi-Klaus. Der hat eine Muschi. Der hat wirklich eine Muschi. Ja. Und wenn... Du mal deine Stöcke und so in den Lager rein. Ich hab keine... Eigentlich. Nein, das sollst du nicht nehmen. Das sollst du rein tun. Das sollst du rein. Mit Viereck? Ja. Achso. Ich dachte, ich... Ich verwechsel das immer. Das ist so kacke. Ja, komm, leg dich schlafen. Schnell. Warte, speicher davon noch. Ja, mach ich. Okay, komm. Zähne, komm, mach jetzt. Ach, geht doch. Oh. Oh, ich hab Black Screen. Hast du auch noch? Ah, ne. Hey, was ist das? Was ist diese X? Und ich ess so lang an Kopf. Und an Kassfuß. An leckern Kassfuß und an Kopf. Na? Die Köpfe, die schmecken lecker. Die vergiften dich. Die vergiften dich echt nur zu ihm vor. Fuck that shit, I'm out. Oh, älger Kopf. Also. Was baust du jetzt für eine Scheiß? Eine andere Lagefeuer. Aber es ist irgendwie größer als deine. Hä? Alles klar. Ja, komm, lass das halt echt bauen. Ach, übrigens. Von Feuer werden die abgeschreckt, die Dinger, ne? Was weißt du das? Ey, echt? Ja. Man nennt die eigentlich Dinge, aber die sind eigentlich noch... Weil, was sind die Menschen? Die sind doch Menschen, aber Behinderten. Hurenzöne. Ey, irgendwie berät der Kopf nicht durch, ne? Mit dem passiert nix. Ja, das wird dann keine Knochen. Die lecker schon eine Stunde auf dem Gras. Dann wird der Knochen. Ich weiß nicht, du kannst, glaube ich... Ach, jetzt habe ich die Schädel. Jetzt kann ich den kombinieren mit... Ja, toll. Was kann man mit Schädel kombinieren? Weil ich habe vier von den Schädel. Ja, hast du ein Stick? Strip Stick for my dick. Stick for my dick. Stick und Schädel. Wieso hast du alle Sticks rausgenommen, du Bastard? Wow! Ich habe was damit gebaut. Ja, weil ich mir diese Dinger bauen wollte. Ja, okay, egal. Ich habe eine Schädelwaffe gebaut mit einem Stick und einer Schädel. Ja, ja, ich auch. Aber ich brauche die nicht. Aber ich behalte die trotzdem mal. Ja. Man weiß ja nie, ne? Für was man mal meinen Kopf und einen Stock dazu braucht. Wir haben sogar eine bessere davon mit Ärmeln und so drauf, ne? Ja, ja. Vielleicht, wenn wir den Strand entlang mal laufen, ne? Weil nur da, wo du bist, spawnen in Tiere irgendwie. Ja, vor mir ist ein Reh. Ja, dann fick die doch. Ey, ich bin ein dreckiger Noob, alter. Noob playing, Arminacom. Ja, das wissen wir, dass du nur bist. Das ist ein kleines Fleisch. Warum kannst du nicht reichen? Halt die Fresse! Toll. Kannst du nicht in Feuer rein tun? Aber diese große Feuer, was ich gemacht habe, ist gar nicht mal für Essen und so. Das kann man nicht machen. Das ist für Wärme. Das ist für Wärme. Das ist für Wärme. Das ist für Wärme, ne? Oh, toll. Hier. Ich schenke dir eine Kopf. Danke für das Essen. Halt! Ey, ich bin gleich tot, ne? Ich hab gar keine, ich hab ne kleine Snicker. Du bist schon ein Witzel, ne? Den leckeren Rehkopfbraten. Rehkopf schmecken gut. Good Rehkopf. Das ist ein Trophä. Ah, damit baut man diese Trophäe, Dings. Was ist da? Ah, ja, geh mal her, geh mal her. Boah, das ist in nem Wand drin. Richtig toll. Das ist in unserem Wand drin. Was ist denn da? Also ich... Oh, nice. Oh, war, alter. Bauern noch mal eine von diesen Dingen. Nein, auch nein. So viel braucht mir nicht. Nein, 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 nein. Ich will noch eine von den Schildkröten auch mal machen. Hier, ich hab eine Schildkröte im Mund. Äh, zu mal den Teil auf dem Wand nehmen diese Stier. Ja, warte. Das ist kein Stier, das ist ein... Hier steht Depp. Oh. Ich brauch einen Stock. Roll du einen Stock, schnell. Ja. Man kann von... Man kann... Kann man doch Menschenköpfe hinhängen? Ach so. Ach ja, ja, ja. Diese Feuer mit den Menschenköpfen dran. Die, äh, schrecken die Leute ab. Ah, ja, stimmt. Das hab ich in der Beta auch gesehen, ja. Hast du einen Kopf zufällig? Nee, oder? Ich hab vier. Köpfe. Ja. Gib mal einen. Oder warte, klatsch dir einfach hier drauf. Ja. Da. Ich hab keine. Ich sammle mal sehr viel Stöcke und tu das in unsere Lage rein. Ja, ja, wir... Wofür haben wir das eigentlich, wenn wir keiner dünn haben? Zum Aus... Zum... Äh, wenn Leute so zum... Okay, gut, schreck dir jetzt erstmal... Oh, Leute, da kommt Feuer raus. Hä, warte mal. Das schreckt dir aber doch nicht weg. Ich glaube... Doch. Mach das nicht. Warte, bleib mal weg, bleib mal weg, bleib mal weg, bleib weg. Nice. Ding. Fucking nice, Alter. Das schaut voll scheiße aus, wie du den grad geholt hast. Den Kopf lassen wir mal da verschimmeln. Ey, ey, ich kann Alkohol trinken. Oh, nee. Nein, hör auf. Nein, mach nicht. Ey, bitte nein. Dann endest du wie du selber. Was? Was passiert denn? Hä, was? Das hab ich getrunken, aber nächstes passiert. Mika, ich dekorier mal unser Bett, okay? Okay. Also unser Hausbett. Ja. Aber wenn du reinkommst, musst du mir sagen, ob es kacke ist oder kacke. Äh, oder schön. Okay. Können wir eine Lagerfolge... Was hast du hier gebaut? Nee, gar nichts. Du kannst mal das Holz aufsammeln, ich muss mal ein paar Bäume fällen, okay? Okay, ey, ey, lass mal einen von diese Bäume hier, bitte. Einen nur. Nein, wir bauen kein Baumhaus jetzt. Nicht jetzt, aber wie sparen das. Den dicken lasse ich hier, okay? Den, wo ich hier, den ich hier gerade stehe, ne? Hier, mach einfach so. Junge, wie krieg ich denn ein Trap-Sap? Tresap? Das kriegst du in den Baumhaus. Äh, ein Tresap. Ja, ich hab jetzt schon zwei gefällt und hab nur einen. Äh, warte mal, warte mal. Ähm, ich hab was gesehen von Tresap-Collector. Warte mal. Ach, ja, stimmt. Hab ich auch. Ich mach mal schnell. Nein. Nein, nein. Hier unten. Du weißt, wie wir haben den Topf gewohnt. Das ist für Tresap. Das sammelt dann auf. Diese Baum lassen wir hier, weil wir das ja auch aufsammeln. Ich weiß, wir bauen einfach so random Sachen in unser Haus, ne? Kann man das zerstören? Ey, aber ich versteh nicht die Rehe, ne? Die sehen einen von zehn Kilometer weit weg. Aber wenn du sie anschließt, dann reagieren sie danach wieder. Da kommen vier Angreifer, vier Angreifer, vier Angreifer. Die kommen halt genau hierher, ne? Was sind sie? Hä? Ich mach schon mal den Molotow. Beeilung. Die sind da, die sind da. Oh mein Gott, die geiften mich an. Ich bin so gut wie tot, Digga. Oh, gut. Ja. Moin, Digga. Fuck. Ich hab' sie schon wieder nicht getroffen. Huhe! Wie zündet man die Dinger denn an? Äh, lange rechts rücken. Wenn du das auf mich anst. Lange was? Mach' mal auf. Achso. Wie lang hat man Zeit zu werfen? Äh, man wirft direkt, solange man das wirft. Oh mein Gott, Digga, das ist ja so scheiße. Also eigentlich hätten wir die Bäume in der Nähe stehen lassen sollen. Egal. Oh Gott. Weißt du, wieso? So ne einzelnen Baum. Nein, einfach, weil man dann ne Verbindung bauen kann, ne? Das war, man kann vielleicht verbinden, die kann man dann verbinden, so. Ja, dann lass mal ein paar Bäume hierzu, ich hier in der Nähe. Muss man noch richtig lange Brücke machen. So weit, ja. Ich hab's. Ich hab' ihn. Nein, 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 oh, fuck. Ah, sieh' auch gerade. Ja, ja. Wir müssen mal gleich. Wow. Jetzt sind zwei Köpfe, okay. Macht nicht mehr Sinn, aber trotzdem. Ich hab' den Stuhl fertig gebaut. Ja, danke. Ich brauch' aber noch einen Stuhl. Nee, da passt kein zweiter mehr hin. Tut mir leid. Oh, verlaufen. Äh, lass da in dem Baumhaus zwei Stühle bauen. Ja, ja. Ist das Baumhaus jetzt fertig? Gleich, gleich. Drei Holz übrig. Guck mal her. Grüne, grün ist, was heißt es dann? Ich weiß nicht. Guck mal her. Das Baumhaus ist jetzt fertig. Oh, spoilt. Spoilt heißt doch gut, oder? Nein, Spoilt heißt schlecht. Das ist kaputt. Oh, vergammelt, ne? Ja. Wow, look at dieser Baumhaus. Voll wenig Platz. Komm doch her. Ah ja, jetzt geht's. Was kommt noch her? What the fuck is das hier? Steine. Ich hab einfach so'n Steinboden gebaut. Aber anstatt dass hier die Steine fucking nochmal hin platziert. Haha, auf war. Arschloch. Wie bitte? Wie bitte? Hey. Oh. Das ist mal ne Waffe. Ich steck dir gleich ne Waffe. Aber es gibt doch bestimmt noch nen Speer in dem Spiel, oder? Hm. Was ist es hinter dir? Das ist ne Mensch. Mal mal. Diesmal erleg ich ihn. Das ist der alte Kano. Komm, wir töten den. Mal mal. Diesmal mach ich nen Molotov. Das ist der letzte Molotov. Bitch. Oh mein Gott. Das ist so ne OP-Typ. Das ist so ne OP-Typ. Okay, komm, mach one on one. Oh. So. Ich hab mir Headshot gegeben. Oh, ich hab den Fall genommen. Ja, das ist ja. Oh, womit ich ihn schlage. Junge. Mikael. Wow. Die Waffe. Die Waffe hier ist mega stark. Ey, mach mal Axt mit Klaus. Diese Dinger links oben von den, da wo man was craftet. Tu mal auf den Dings drauf. Hä? Links oben, wo man was craftet? Ja, diese kleine Tuch in der Mitte. Links oben ist doch diese rote Dinger. Mach mal auf den Waffen. Die roten Dinger? Mhm. Mach mal eins auf den Waffen. Ja, man kann nur eins machen. Ja, ja, das kenne ich schon. Mikael, halt mal die Pfeilters nach rechts. Ui, nein, nein, nein. Du bastard. Komm, ey. Schon mal. Wirst du echt gegen... Oh, fuck. Wir haben beide gerade Schaden gegeneinander gemacht. Mikael, schau mal. Habla. What the fuck. Spam das mal ganz lange, Spam das mal ganz lange. Da 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 da. Junge. Was ich mach mit, mach mit. Ich speichere es mal. Okay, gute Nacht. Also ich speichere es mal. Ja. Wenn ich kann. Das wird dann schon scheiße. Heute, heute nichts scheiße, aber wir sind verkack hier. Ja, geht schon. Komm, mach. Hör mal. Du, 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 du. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020